Moin Leute, heute wird ein recht fetziger Tag, nämlich werde ich erst für die Klausur morgen lernen, dann mit Micha spazieren gehen und kochen und danach gleich zu Max fahren, mit ihm Mathe und dann fahre ich noch nach Trixen und da dachte ich mir, drehe ich mal wieder einen kleinen Glock. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Micha und habe auch schon mein Zeug für Trixen mitgenommen und der Plan ist ja spazieren zu gehen, aber da haben wir uns natürlich das allerbeste Wetter rausgesucht dafür. Was sagst du dazu, Meister? Nein, ich bin Abfurt. Mit 20 Wacken. Abfurt. Lasst mich rein! So, Mathe haben wir gemacht, jetzt gehts wieder nach Dresden. So, ich habe es jetzt bis nach Langebrück geschafft und da werde ich einfach noch ein bisschen mit meiner guten Chillen und das wird es dann auch schon so gewesen sein für heute. Aber dann ist das kazu, bis 20 Wacken. Also, das ist mir schwer.